Wir machen heute eine Roomtour von meinem Zimmer. Wir fangen an mit dem Allerwichtigsten, und zwar dem Stuck an den Wänden. Das ist Styropor. Habe ich alles selbst dran gebastelt. Das Prachtstück ist meine Kommode. I found this baby. Auf Ebay-Kleinanzeigen. Für 30 Euro. Es hat eine ausziehbare Marmorplatte. Wer hat sowas? Dann haben wir hier außerdem noch Schubladen drin. Hier auf der Kommode liegen diverse Gegenstände. Bücher, Kerzen, Parfüm, Pflanzen. Dann haben wir noch so einen Spiegel. Auch von Ebay-Kleinanzeigen. Ja, ja, und meine Kerzendinge. Auch Ebay-Kleinanzeigen. Dann haben wir hier noch eine Wand mit Schmetterling. Because I like Butterflies. Die Gardinen von Ikea. Das ist mein Schreibtisch. Der Stuhl, keine Ahnung woher ich den habe, der ist auf jeden Fall neu. Und der Tisch von Amazon. Und hier ist meine Creative Wall full of stuff. Und das ist mein Bett. It's boring. But it's, you know, it's useful. You can sleep in it. Ach ja, das Bett ist von Ikea. Nachttisch ist von Ebay-Kleinanzeigen. Auf dem Nachttisch steht meine coole Blumenlampe. Habe ich aus dem Secondhand lagt. Und dann haben wir hier das Bett, was ich sehr liebe. Das hat mein Opi für mich gemalt. Mein legendärer Kronleuchter. Den habe ich auch von Ebay-Kleinanzeigen. Das war's. Ich hoffe es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye.